So, herzlich willkommen wieder zurück mit Marvel vs. Capcom Beef, der dritte Teil der Reihe, der vor kurzem auf der PS4 erschienen ist, wie ich im ersten Beef von RFC habe. Und wieder ist dabei der geschätzte MAPS ART 23. Jo, ich grüße euch, moin sehens. In der ersten Runde, okay, es sollte schon mal rausgehen, dass wir das wieder zurücksetzen können, die Gesamtsiege, oder du mir das einfach dann zusammenzählen? Wir lassen das einfach so. Alles klar. Okay. Gut, dann, ja, dann, guck mal, ich habe jetzt 5-3 unten stehen. Ich wieso nicht, das ist die längste Serie, die du hattest. Gesamtsiege hast du bis jetzt 5 und ich habe insgesamt Siege 2. Also eigentlich steht es 5 zu 2. Ja, aber wir machen ja nur 5 Runden und... Ne, genau. Ja, kann man so sagen. Okay, alles klar. Gut, dann starten wir. Na ja, na dann mal los. So, jetzt muss ich ja die Capcom-Charaktere nehmen, ne? Ja. Würde ich dir schon mal viel Spaß gemacht. Die sind wesentlich geiler, finde ich. So. Tja, wen nehme ich? Ich nehme mal Phoenix. Dann X23, wo die eigentlich herkommt, keine Ahnung. Kennst du die? Kennst du die? Bitte was? Ich war halt nix. X23. Mach nur mal. Okay, ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. So, wähle eine Tarte anhand. Dann mach mal Shadowland, der sieht gut aus. Okay. Oh, beautiful Joe. So, ja. Beautiful Joe. So. 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 Willy, we're still games. So. 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 noch nie oder so liebe stadt wenn man die wenn man die special moves angucken darf aber es passiert ist dabei herrlich geile kombo hier also genau ich sehe gerade gar nichts jetzt aber kommen nächste oft kommt zu mir den gefangen die ist ja voll kompliziert strom Oh shit, was passiert? Ich hab keine Ahnung. Nein, du warst zu weit weg. Ja, Gott sei Dank, das ist in deinem Konto. Das steht halt. Jawoll, noch mal eine R-Kombo! Was? Nein! Oh, es tut mir aber jetzt leid. Ey, so geht das nicht. Wollte ich mal sagen? Wollte ich win? Okay, das war eine Runde für dich. Das tut mir ein bisschen leid. Ja, sehr schön, wunderbar. Jawoll, so wie die für Joe und hier... Der Dinger Donger, der Weiber, genau. Da ist Potenzial. Gutes Team. Alter, Fynn, ey. 1 zu 0? Ich frage es natürlich, wenn ich mich überhaupt jetzt... 3. 3. 3. 4. 4. 5. Nehmen wir mal da... Das ist schwer hier. Hm, für mich nicht. Also für mich war es beim Marvel nicht schwer, weil ich die Charaktere kenne. Aber ich weiß natürlich nicht die Kombos. Wenn ich die Kombos wähle, ist dann easy. Ja, dann machst du das einfach. 1. 3. 4. 12. 1. 2. 3. 4. 4. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Das ist ein bisschen Zwie-Hit-Kombo, meister ist er nicht. Ich komme mit dem Kurs in Strahlen. Zweit weg gewesen? Das ist die, das ist Scheiße. Ja, Kurs ist ein bisschen schwer zu spielen, definitiv. Naja, nicht so eher der Nackt-Koll ist. Allernsack, ist es okay? Ist alles okay, würde ich mal sagen, oder? Jawoll! Logi! Ach, Logi, ist das? Was, Logi? Ne, das ist Iron Fist. Jetzt auf Netflix zu sehen, übrigens. Ich hätte es ja eher gerne gesehen, wenn sie es anders gemacht hätten. Und zwar mit, sagen wir schnell, mit einem richtigen Film. Weil jetzt kommt da der neue Spider-Man raus, am 7.7.2017. Da hätten sie das Ur-Kleis so umsetzen können. Hätte ich da so gefunden. Aber na gut, was willst du machen? Ja, Moin! Oh no! Oh, Kondo! Hohoho! Da habe ich Kondo! Huuu! 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 Hier war Kondo! Oh shit, aber auch weg. Fast volle Energie wieder, ja. Ah shit, 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 shit. Ja, ist nicht weg. Das ist doch noch geworden. Ne, ne, ne. Noch was. Ne, wirklich? No way. Oh my gosh. Uhu. Knappe Runde. Naja, eigentlich steht es jetzt 5 zu 4 erst mal. Naja, das ist jetzt eine neue Runde. Nein, das wird alles zusammengezählt. Ja. Trotz war das zum Ende gelutscht. Boah, lecker schmecker. Zwei Runden mal. Kann weitergehen. Stehen wir abends weiter. Ja, es bleibt halt schwer, klar. So, einfach. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Aber ich würde mal sagen, ich nehme mal hier. Oder? Ja. Dann nehme ich mal. Ich probiere das mal. Und ja, ey. Hadouken. So. Hast du tot dabei? Da könnte man ja in Aska was machen. Äh, oder hier. Ja. Metro City. Ja, einfach mal hier. Oh, Avengers. Okay, alles gut. Oh, Avengers. Wird noch eine ganz schwere Kombination. Wird noch mal sagen. Ich hoffe, ich nehme niemanden doppelt. Ja. Ah, Cap ist schon schwer. Cap ist schon scheiße schwer. Cap ist schon scheiße schwer. Wir sind jetzt, ne? Ah, scheiße, ist schon gekontert, ne? Kannst du aber runter? Ich weiß nicht, warum der da oben in der Luft klebt. Ich habe keine Ahnung. Da greift dich, meiner greift dich auch gar nicht an, habe ich das Gefühl, ja. Ja. Ah. Ey, du darfst keine Frauen schlagen, das ist gegen dein Prinzip, ja. Das ist falsch. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Nein. Ah, die hat sich kurz auf das Essen geguckt. Nein. Oh, nein. Da war er weg, der Grüne! Ah, shit, 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 shit. Jawoll! Gut, 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 gut! Der war gut, der war gut! Oh, jawoll! Ah, ne, der hat er dagegen. Fuck! Oh, ne, oder? Nein! Jetzt mal Ballon angehen, ja. Boah, jetzt hoch geht das. Naja, es ging jetzt wieder in die Knie, ja. Was hat denn das für einen Effekt, Alter? Fuck, da ist er weg. Da kann ich nichts machen. Oh, ja. Weih und Gudduken, wie geht denn das? Ich will immer high-yugeln machen. Ach, man, ey. Kommt ihr mit seinem Hightech-Scheiß? Jawoll! Ums! Alles ist Socken gekippt, ja. Oh, shit. Du bist immer noch mit deinem Käpt'n am Start. Nee, das ruckelt total, Alter. Ja, das merkt's auch gerade. Toll. Zehn Minuten später kommt der Angriff. Also für die nachfolgenden Sendungen können wir uns übrigens dafür entschuldigen, ja. Ich, ich kam mir zu nix. Ey, wenn du so guckst, das ist doch scheiße. Hm. Kann auch nochmal kurz. Nein, na. Hast du doch den Hack genommen, hä? Ha, ha. Ha, ha. Na ja, gut. Scheiße. Ja. Warte auf Gegner, das stand sonst auch noch nie da. Nicht, dass es hier gerade Probleme gibt? Nee, noch nicht. Gut. Ich verspricht mir zu viel mit dem Spielkopf hinterher. Ja, genau. Na, moin. Ja, probieren wir mal. Hm. Ja, probieren wir mal. So, das ist mein Team. Felicia, Dante und Trish. Ich hoffe doch mal, dass das funktioniert, ja. Warten auf Gegner, warum das? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh Gott, kannst du gleich einpacken hier. Was will ich denn da machen, wenn es jetzt wieder ruggelt? Ja, da ist ja schon feuer. Ich weiß gar nicht, was ich gegen den Roboter machen soll. Da bin ich viel zu klein dafür. Es ruggelt immer noch. Na toll. Als wenn es schon hier holt. Dann gehen wir mal raus. Raus. Fight! We will in style! Das hüpft wir ein Sentinale ja reichlich wenig, ich möchte ich gerade sagen. Oh Gott. Ja, das Togel-Extreme, die Künftfrau gerannt hat das Spiel. Unspielbar, wir haben es kaputt gemacht. Wir haben das Spiel gekillt. Hehehehe. Ich glaube, ich habe die Konk-Ips mit mir in hier. Hehehe. Oh. Oh. Was? Da passiert es mal was. Aber was? Was ist die Frage. Man sieht damit. Hehehe. Hehehe. Alles nur ein Belöbster oben oder was? Hehehe. Hehehe. Neiin. Ha. Hehehe. Oh, das hat Keelgeschaltung auch noch. Hehehe. Hehehe. Hoooo. Oh ne, der Spinner. Ich hasse es. Oh ne, ekelhaft hier. Der Spinner. NEIN! Der ist noch down. Wieso hast du jetzt auf jemand den Roboter, oder? Hast du da reingeschickt, oder? Ne, ich hab's blickt jetzt. Lassen. Brrrr. Der Hedgehog ist der Scheiß dagegen. Uh, jawohl. Oh, ich hasse es, wenn man das macht. Mann, ich hab doch... Ey, was, was kann man da machen gegen den? Es gibt's aber nicht. Keine Ahnung. Wow. Ja, das geht so für mich vorbei. Ich hab nur noch eins. Ja, nein. Also Marvel-Helden sind auf jeden Fall nicht für mich. Ne, also ich kann mir den gut klar. Aber das Ende müsste dir doch gefallen, oder? Ja, okay. Ja, okay. Uuuuuh. Capcom halt. Puh. So, wie geht's eigentlich jetzt? 6 zu 5 noch für dich. Aber insgesamt... Ich hab jetzt 3 Siege insgesamt gehabt. Ja, genau. Und du eh, also eine Runde hätten wir noch. Aber die Frage ist, wenn wir das jetzt hier spielen mit, äh, keine Ahnung, ich sag mal schnell. Was hab ich jetzt gedrückt? Scheiße. Scheiße, wen hatte ich noch nicht? Ich glaub, hatte ich noch nicht. Puh. Hatte ich schon. 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 Setzt mich nicht so unter Druck. Mach Zufall. Ich mach einfach so. Scheiße drauf jetzt. Oh, guck mal. Im Winter. Ist es nicht herrlich. Also wenn das nicht ist, ich weiß es auch nicht. macht den titel das ist dagegen nicht gewesen ich habe gedacht ich habe den anzug gemacht das machte die blickst du kommst hallo wir spielen kann spiel der hat mir solche komischen standen anstarten oder was geht aber gar nicht ja ich habe es nicht falsch gemacht habe ich habe normal gemacht kann ja überhaupt kennenzulierter einsetzen wissen wie man ja dann ist die runde gelogen kommst du gar nicht mehr weg was macht denn die mit dem schlafanzug ich kenne den character noch nicht mehr alter ich weiß noch nicht was die verkörpern will machst du mal ein perfekter aus würdest sagen ich kann keine kommt und machen das ist doch eher schweres külter ich habe vier knöpfe gleichzeitig gedrückt was jetzt passiert wenn da passiert mal das ist eine gewandtnis hat wir schauen ich werde ich mal ja machen sollen alles drücken oder er hat jetzt seine bildet ihr eher anstarten damit gibt es ja glückwunig hätte ich mal er so ist dass ich alle knüpfel gleichzeit stricken muss bis auf dem psn-taste das wärs gewesen scheiße und die hier mal normal trägst das ist kacke ich will sehen dass alle leute die bei dir zugucken soll meine kommentare schreiben nur unter normal alles und normal steuern kann ist eigentlich verständlich oder ich nehme es einfach mal hier das muss man ja ist zum überlegen wie man hat überlegt wenn er ja ja dann der gegner hat das spiel verlassen ja das war klar nicht was wieder drei charakter als eben kenne ich ja ja nennst du es aber also hier schi halk aber ich sagte damit die flammen ekelhaft zu spielen sagst du ich wusste, es geht ab jetzt musste ich unterschreiben ha 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 nie komm piledriver ja wo gleich nochmal all day oh oh jetzt回去 mit der kanone oh jetzt kommt die kann ohne ja wo es geht er ist schon weg mama ein foto von dir das ist ja was fein ist ja da ist das gefällt ja schade wie du kommst du ah verdammt hast du das geschehen mit mein kurs machen wirklich geil die kann man ja gar eine anstehende typ ich bin doch gerade längst rüber geflogen oh shit der ist echt schwer hab ich schon gesagt hast du nicht geklögt oder was und genau die zwei gegeneinander ja da wird es gewinnen ja und ich mache in der falschen richtung nicht ohne andere hat mich geschlagen ich habe jetzt gedacht ich schicke das vorhin in die verkehrte richtung ja in dem ist es halt nur for the win alter das meiste hat hier der fotograf gemacht ja da habe ist da wirst du bescheid diese runden gehen die freundlichen naja es ist jetzt ein bisschen knapper geworden insgesamt jetzt muss man die zeit abrufen lassen oder was also müssen wir doch eine runde machen jetzt oh ne oder wohnen jetzt runter naja gut ich hab ja noch ein paar charakter die ich noch eine hatte so dann nehmen wir nehmen wir auch nochmal den hier dann mal gucken ob ich damit zurechtkomme du kommst mit allem zurecht ich würde jetzt mal sagen ich habe jetzt mal hier die ganz kleinen am start aber einfach zufall her oh mein gott also wenn ich mal draufkriege dann habe ich nur noch die unterhose anderswes das war ganz nett das war ja gar nix Wow, hast du gesehen? Die Rüstung ändert sich ja auch. Wie geil ist das denn? Aber ich will eigentlich mal hier wieder wechseln, ja. Oh, komm, komm, auf den Kopf, auf den Kopf. Ich bin gleich weg. Kommt der Feuerballgott noch? Jawohl! Kleinen Nuclear Strike geholt, ja. Ja, das ist wunderbar. Ja, ich hab die abgeblockt. Ne, ist auch schwer raus, zack. Jetzt kommt noch... Und das ist der Ausgleich, jawohl. Ja, und ein Glückwunsch. 1-1, bis zum Land. Und die nächste Runde entscheidet dann. Ich mach keine weitere Runde mehr, ich hoffe. Ich bin fertig, heute. So. Erstmal durch den Gehen. Niederlage ziehen, guck mal die Statistik. Ja, geil, ne? Niederlage ziehen Sieg und sieben Niederlagen. Ist ja mal ein ausgeglichenes Spiel. Auf jeden Fall. Okay, das war die zweite Runde von Beef mit dem Absatz 21. Jawohl. Schade ich mal, wenn ich mal wieder rein, wenn es wieder darauf angeht. Beef bei Folge 3. So, und dann auch die letzte, dann eigentlich auch noch vier. Also dann. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.